Darf ich Ihnen mal was anvertrauen, Herr Pfarrer? Aber natürlich, mein Sohn. Sie müssen das aber streng vertraulich behandeln. Mein Vater, der spinnt ein bisschen. Delirium Oxofenium. Nein, doch nicht. Aber Sie suchten vor einen Koffer. Nun sagen Sie schon, wo ist es. Ich denke auf der Polizeiwache. Dann war Geld in dem Koffer. Eine halbe Million. Nein, doch. Ich war schon früh wieder wach, noch vor Sonnenaufgang. Naja, das kann ich von mir nicht wirklich behaupten. Ich wollte mich gerade eben noch aufs Ohr legen. Warum tun Sie es nicht? Ja, wollte ich ja. Aber was glauben Sie, was mir passiert ist? Sie sind eingeschlafen. Nein. Plötzlich merkte ich, wie jemand mein Zimmer betritt. Und in allen Ecken und unter dem Bett herum schnüffelte. Die Putztra? Frau von Mühlberg. Nein. Doch. Oh. In einemlaimed Ok vole. Ich weiß, ob Letonf Pronkampflik. 재ziew election sein. oléhör. Vielen Dank.